Am Anfang ist man erstmal damit beschäftigt, ganz, ganz viele Texte zu lesen, Sekundärliteratur zu lesen, Forschungsliteratur, sich auch einen Überblick zu verschaffen, was hat XY zu dem Thema gesagt und dann fällt einem auf, ah, da gibt es noch jemanden, der hat auch noch was Wichtiges gesagt, das muss ich auch unbedingt noch lesen. Ich habe mir mittlerweile ein Verfahren angeeignet, Texte vor allem auf ihre Struktur hin anzuschauen und mir das auch zu notieren. Vor allem eben so das zentrale Thema, die Fragestellung und das Strukturgerüst eines Textes zu notieren. Und nach drei Monaten Lesens habe ich dann das Schreiben begonnen. Das war damals noch anders als heute. Man musste eine Schreibmaschine benutzen. Man musste also vorher ganz genau wissen, was man auf diesem DIN A4-Blatt niederlegen wollte. Und das war eine sehr harte Schule, aber das hat mich gewissermaßen geprägt, weil es bei uns in der Juristerei auch heute noch sehr darauf ankommt, dass man vorher ganz genau weiß, zu welchem Ergebnis man am Ende des Schreibprozesses kommen möchte. Und was ich davon gelernt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, eigentlich am Anfang sich erst die Geschichte und die Botschaft auszudenken, das mit Stichwörtern aufzuschreiben und erst dann anzufangen, Sätze oder Absätze zu schreiben. Meistens passiert dann Folgendes, ich versuche genau zu überlegen, also wenn das der Fall ist, geht daraus hervor, dass das eigentlich auch so ist. Und daraus könnte man dann vielleicht schließen, dass das der Fall ist. Und während ich diese Gedankenketten entwickle, ist es durchaus so, dass ich die Starthypothese, die ich eigentlich belegen wollte, auch abändere, weil ich schon merke, na ganz so haut es nicht hin, wie ich es am Ende wollte. Also ich habe das ganz oft in den Sprechstunden, dass die Leute kommen und sagen, ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben über das und das. Und dann sage ich, ja, das reicht für zwei Doktorarbeiten, was sie da vorhaben. Und dann muss man im Gespräch versuchen, so einen Punkt zu finden, das ist ein bisschen frustrierend oft. Also man hat sich so etwas Großes vorgestellt, aber dann wird man scheitern. Eine Schreibblockade kommt oft dadurch, dass man nicht weiß, was man sagen will. Wenn ich genau weiß, was ich ausdrücken will, muss ich ja nur irgendwie die richtigen Worte finden. Und der Teil ist, glaube ich, leichter. Also mein Tipp wäre eigentlich, machen Sie sich ein sehr, sehr gutes Konzept, was Sie eigentlich sagen wollen. Oder man kann auch konkrete Kreativtechniken einsetzen, sich Schaubilder machen, mit Mindmap arbeiten, Probleme versuchen zu visualisieren und es dann vielleicht auch wieder liegen zu lassen, um danach dann weiterzukommen. Also ich finde, es gibt sozusagen verschiedene Routinen, die man entwickeln kann, auch mit diesen eigenen Problemen des Schreibens fertig zu werden. Dass ich mir halt vornehme, ich arbeite pro Tag zwei oder drei Stunden an diesem Werk. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber diese zwei oder drei Stunden, da sind keine Kaffeepausen drin, da ist kein Gespräch mit einem Kollegen und kein Facebook-Checken oder sonst was, sondern da lege ich mir halt wirklich eine Stoppuhr neben mich. Und erst, wenn ich an diesem Tag wirklich drei fokussierte Stunden am Text gearbeitet habe, und das ist echt viel. Also danach bin ich ziemlich kaputt und das schaffe ich nicht in drei Stunden, da brauche ich mindestens fünf Stunden, wenn nicht gar einen ganzen Tag, dann mache ich halt andere Dinge, die mir mehr Spaß machen. Und es ist immer ein schwieriger Punkt zu sagen, okay, jetzt ist es fertig oder soweit fertig, dass ich es einreiche, darf, kann. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Strategien, wie ich damit umgehe. Erstens kommt dann natürlich wieder das Team. Der Austausch mit anderen, ja, also sozusagen mal schauen, ja, wie schreibst du irgendwie so andere Texte anschauen und dann eben auch durchaus kritisch miteinander zu diskutieren. Das ist, glaube ich, wenn man so will, so ein bisschen die soziale Praxis auch des Schreibens, die man auch irgendwie einlernen muss. Und da kann man so unglaublich viel lernen. Also man lernt an den Fehlern der anderen, wenn man sie findet, mindestens so viel wie an den Fehlern, die man selber gemacht hat, wenn andere sie bei ihnen gefunden haben. Das ist wirklich unglaublich hilfreich. Also zusammen reden, alleine schreiben, zusammen diskutieren. Und dann wieder alleine schreiben und dann wieder zusammen diskutieren. Das ist wirklich unglaublich hilfreich. Aber wenn ich dann immerhin noch das Gefühl habe, dass ich unsicher bin und ich habe die Zeit, weil die hat man nicht immer, dann lege ich es einfach eine Woche weg, lese es überhaupt nicht, nehme es dann zurück und häufig hat man dann wieder selbst auch einen frischen Blick und sagt entweder, ja, ist gut oder sieht doch noch irgendwo Sachen, die man noch nachbessern möchte. Und dann going zur Schlussung. Und dann wieder hin. Jetzt können wir einmal wieder hin. Und dann mocken.